Wenn bei meinen Daten bestimmte Bedingungen erfüllt sind, sollen die Zeilen, die kompletten Zeilen, automatisch formatiert werden. Hallo und willkommen zu diesem ersten bedingte Formatierung-Tutorial. Ist natürlich nicht das erste, aber das erste dieser neuen Reihe. Und hier soll zum Beispiel eine Personalnummer über diese Zelle eingegeben werden. Und die Person soll automatisch hier bei einem Treffer eingefärbt werden. Die ganze Zeile, der ganze Datensatz, obwohl nur vorne ein Wert übereinstimmt. Dafür verwende ich die bedingte Formatierung, die man auch findet über Start und dort bei den Formatvorlagen bei bedingter Formatierung. So, beginnen wir das Ganze mal komplett neu. Also man kann ja Werte abhängig von ihrem Wert einfärben lassen. Und natürlich wichtig, dass man vorher markiert. Also erst markieren, dann agieren. Oder wie meine Chefin immer sagte, nichts markiert, nichts passiert. So, also ich markiere zunächst und zwar ganz wichtig, von oben links nach unten rechts und nicht andersherum. Das hat ja mit der Markierlogik, auch mit der markierten Zelle hier unten zu tun, wenn ich jetzt gleich die Formel eingebe. Also von oben links nach unten rechts, ich markiere, STRG, Großschreibtaste, Pfeil runter, Pfeil rechts. Jetzt habe ich mal nur die Daten ohne die Überschriften. Und dort steht ja schon die Personalnummer. Jetzt mache ich die Formel für die ganze Zeile fertig, aber stellvertretend hier nur einmal für alle Zeilen. Also die Formel, die ich jetzt mache, bezieht sich auf die Zelle B3, wenn in B3 etwas Bestimmtes gilt. Nämlich wenn diese Zelle, der Wert dieser Zelle, identisch hier ist mit diesem Wert. Dann soll die ganze Zeile eingefärbt werden. Okay, das heißt, bei der bedingten Formatierung wähle ich nun eine komplett neue Regel. Und dort wähle ich gleich hier den, ja, nicht so schön menügesteuerten Fall, hier den sechsten unteren Fall, wo ich eine Formel eingeben kann. Und dort sage ich nämlich, das ist relativ einfach, wenn das, was ich da habe, B3, und zwar flexibel, da steht Dollar B, also es soll fest in Spalte B geschaut werden, aber flexibel, bitte auf die Zeile gucken, dort mit, ja, relativ immer ein tiefer, Zeile 4, Zeile 5, Zeile 6, immer wenn es runter geht. Aber bitte immer auf B3 gucken, wenn der Wert identisch ist mit der Zelle I3. Und da ist auch mit Dollar alles geschützt, also Dollar B3 gleich Dollar I, Dollar 3. Wenn das so ist, dann färbe das in einem wunderschönen hellblau. So, klicke ich mal auf OK. Dann ist das Ganze hier für diesen Fall schon fertig. Das heißt, gebe ich eine andere Nummer ein, 2676, sehe ich, ja, der Faris, sehe ich hier, dann wird die Zeile entsprechend der Auswahl eingefärbt oder natürlich auch mehrere Zellen. So, jetzt möchte ich mal alle Männer über 40, ab 40 dick machen, also Fett schreiben, hier, wenn da steht, bei Geschlecht männlich. Und, ja, wenn das Alter größer gleich 40 ist, dann soll die Schrift Fett formatiert werden. Auch dafür wieder markieren, STRG, Großschreibtaste, Fall rechts, Fall runter, erst markieren. So, jetzt drücke ich mal STRG, Großschreibtaste, Raute, dann bin ich auch wieder oben. Ja, und, ja, sorge dafür, dass ich hier in der Zelle links oben bin. In der Zelle links oben. So, die muss markiert sein. Das ist ganz wichtig für diesen Fall. Bedingte Formatierung, auch hier eine neue Regel, auch hier den Fall mit der Formel. Und hier sage ich, es müssen zwei Bedingungen gelten, nämlich, zwei Bedingungen prüfe ich ab, indem ich erst sage, und, dann, ja, in der Spalte C, also in C3, in C3, auch hier das Dollar vor der 3 weg. Weil ich möchte ja immer das Geschlecht in Spalte C prüfen. Dort prüfe ich, steht dort dieses ausgewählte Geschlecht, Semikolon, und ist das Alter, ist das Alter, das ist hier, Dollar D, Dollar 3, da mache ich einfach Dollar 3, ähm, also Dollar D3 draus, ist das größer gleich meinem hier eingestellten. So, wenn das so ist, dann kommt da ein Ware heraus. Und nur wenn die Prüfung Ware ist, das war gerade auch Ware, wird entsprechend formatiert, und da möchte ich die Schrift einfach fett setzen, ja, ach, vielleicht noch, äh, in einem dunkleren Grau. Klicke ich auf OK, klicke ich auf OK, und alle Männer, alle Männer 40+, sind hier fett und grau geworden. Also, natürlich nur die Schrift. Ähm, ich rede mich gerade hier um Kopf und Kragen, so, ne, das kann ich natürlich auch machen mit, äh, ne, nehmen, bleiben wir bei den Herren, mit Herren ab, äh, 66 erst, ja, davon sollte ich ja eigentlich, äh, gar keinen haben. Nehmen wir eine 55, ja, und dann sind die entsprechend hier eingefärbt worden. Ja, also, eine tolle Möglichkeit mit bedingter Formatierung, und die, wenn ich bedingt formatiert habe, kann ich mir die bedingte Formatierung immer noch anschauen, bei bedingter Formatierung, Regeln verwalten, dort sehe ich den Bereich, den ich formatiert habe, und sehe hier auch, dass bei meiner ersten Formatierung, ich wohl versehentlich hier noch auf der Zelle J3 gestanden habe, das ist natürlich, äh, Schwachsinn, hier, das muss raus, ähm, ne, die Bereiche, die kann ich hier nochmal kontrollieren, anpassen. So, und jetzt zeige ich, ich nehme das nochmal raus, und jetzt zeige ich, äh, final noch einmal, was passiert, wenn man es andersrum markiert, also wenn man, äh, von unten rechts nach oben links zieht, weil das sehe ich häufig, so, die ganzen bedingten Formatierungen nochmal weg, jetzt beginne ich unten und markiere nach oben rechts, oben links, so, Steuerung groß, Schreibtaste, Pfeil hoch, Pfeil links, jetzt ist meine Zelle unten rechts diejenige welche, und dann gucke ich hier, ach, der Theos sagt ja, nimm B3, ne, dann klicke ich auf bedingte Formatierung, gehe auf neue Regel, gehe auf Formeln, und wenn eingestellt ist, B3, natürlich mit dem Dollar vor dem B, hat er ja gesagt, so, wenn der eingestellt ist, ähm, ist identisch mit dem, mit der Personalnummer, dann soll die Zelle mal, sagen wir mal, grün werden, okay, okay, so, hat er nicht gemacht, hm, kopiere den Wert mal hier rüber, hat er nicht gemacht, ja, was ist hier passiert, ist hier überhaupt irgendwas grün geworden, schaue ich mir mal die bedingte Formatierung an, bedingte Formatierung, hier sehe ich zwar, der Bereich stimmt, aber die Formel hat er mir total vergurkt hier, da hat er statt meinem B3, was ich hier eingegeben habe, hat er sich auf ganz unten, irgendwie Zeile 1.048.348 hat er sich bezogen, ähm, ja, das ist natürlich, ähm, Humbug, von daher immer brav von oben links nach unten rechts markieren, also dann klappt das auch mit der bedingten Formatierung, ja, mit der bedingten Formatierung kann man noch eine Menge mehr machen, von daher, erst mal viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.